Kepa Weidenfeller bestritt 452 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben, am Ende der Saison beendet er seine Karriere. Am 7. September bestreitet der Schlussmann sein offizielles Abschiedsspiel im Signal Iduna Park. Stammtorhüter bei der Borussia ist der Schweizer Roman Wirki 27. Video Sofa United in voller Länge, BVB verzückt seine Fans endlich mal Fußball. Video Sofa United in voller Länge